Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum fast täglichen Talk des Trailrunning-Podcasts, Ausgabe Nummer 9 und heute ist der 10.5. Wir befinden uns jetzt seit knapp zwei Monaten im Lockdown und welche Wunderheit, die Stimmen werden laut, dass wir jetzt Lockerungen machen werden. Also die werden nicht laut, sondern Lockerungen sind beschlossen. Es gibt schon Pläne, wann die Schulen wieder aufgemacht werden und also zumindest für die Altersklassen, die mich aktuell interessieren, wegen meinen Kindern. Sprich meine große Grundschule darf ja in einem Monat schon wieder in die Schule und ältere Kinder sind jetzt ja schon seit ein, zwei Wochen wieder in der Schule oder länger. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, die Zeit verfliegt wie Hölle in dieser Zeit. Und welch Wunder, die ersten Schulen wurden auch schon wieder zugemacht wegen Corona-Fällen. Irgendwo in NRW, habe ich jetzt gelesen. Nun ja, wer weiß, ob das alles so eine gute Idee war. Und parallel zu weiter geplanten Öffnungen, nämlich die Gastronomie darf demnächst wieder auf, Vereinssport und Bezirkssportanlagen sind wieder auf, beziehungsweise darf wieder stattfinden, der Vereinssport in kleinen Trainingsgruppen. Man diskutiert darüber, nein, man diskutiert schon lange nicht mehr, sondern man startet die Bundesliga wieder ab Mitte Mai. Ja, erste Mannschaften, ich glaube drei Stück, wurden auch schon wieder in Quarantäne gesteckt, weil es Fälle gab innerhalb der Mannschaft oder, das weiß ich nicht, des Betreuerstabes. Auch ganz toll. Naja, da fragt man sich natürlich, wie soll das funktionieren, wenn ausgerechnet die drei Mannschaften jetzt zwei Monate, nein, zwei Wochen nicht mal mitspielen dürfen. Ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen den Wettbewerb verzerrt. Und ja, die Schulen sind wie gesagt wieder zu, zum Teil, also zwei, drei Schulen sind zugemacht worden. Es gibt einen großen Skandal in einem Fleischereibetrieb mit 129 Fällen in Coesfeld Infizierten. Und ja, also man merkt aktuell draußen, dass alles von Lockerungen spricht und an jeder Ecke irgendwie Lockerungen, ja, vollzogen werden. Man hört aber dann trotzdem zwischendurch immer wieder von Fällen, von, ja, eben solchen Clustern, 129 Stück in einem Betrieb. Da muss es ja mit der Hygiene echt nicht weit her gewesen sein, sag ich jetzt mal blöd. Und das in der Lebensmittelproduktion in der Fleischfabrik, um das mal beim Namen zu nennen. Wobei man sich da echt, also aus meiner Sicht, mal wieder überlegen könnte, warum man denn solche Fleischfabriken überhaupt betreiben möchte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, und wenn ich draußen Sport mache, sehe ich auch immer wieder größere Wandergruppen, Fahrradgruppen, seien es Mountainbiker oder seien es Rennradfahrer, die fünf, sechs Mann stark oder auch nur drei Mann stark draußen rumfahren. Ja, Abstände nicht einhalten. Ich weiß jetzt nicht genau, was aus der Studie geworden ist, dass bei uns Sportlern, wenn wir zusammen laufen oder zusammen Fahrrad fahren, einfach die Abstände größer sein müssen. Ich weiß nicht genau, wie weit sich das jetzt bewahrheitet hat. Aber da war mal die Rede von bei Läufern irgendwie so knappe 10 Meter Abstand, eben einfach, weil man heftiger ausatmet und der Hintermann dann eben in diesen, ich sag mal, in diese Aerosolwolke reinläuft, beziehungsweise reinfährt auf dem Fahrrad. Deswegen sollten da die Abstände größer sein, einfach wegen höherer Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und solche Abstände hält da draußen irgendwie gar keiner ein. Die Leute tun sich schon schwer, damit zwei Meter einzuhalten. Und so gesehen auch am Wochenende, als wir einkaufen waren. Und ja, so Einkaufsläden sind wieder voll wie vor Corona. Es sind wieder genauso viele Leute drin. Es kontrolliert wieder keiner, wie viele Leute rein dürfen. Die Händedesinfizierungsspender vor dem Geschäft waren leer. Ja, die Mülleimer, in denen man seine Papiertücher reinwerfen konnte, nachdem man den Wagen desinfiziert hat oder wie auch immer, die sind übergequollen. Also absolut nichts von irgendwie Hygiene da draußen. Jetzt mag das vielleicht eine Ausnahme gewesen sein, in diesem einen Laden, aber das war halt schon erschreckend. Und wenn man drin war, konnte man überhaupt keinen Abstand einhalten, weil einfach so viele Leute da drin waren. Und ständig standen dir Leute im Weg, wenn du zu irgendeinem Regal wolltest. Oder du standest den Leuten im Weg, je nachdem, wie man es halt immer sieht. Und ja, ganz, ganz seltsam. Die Sache mit dem Abstand haben sie dann auch nur mehr oder weniger vor den Kassen einhalten können, weil in der Kassenschlange ja immer diese alle zwei Meter oder alle 1,50 so eine Markierung ist. Da hat es dann so halbwegs funktioniert. Aber ja, bringt natürlich auch nichts, wenn die Leute mit der Maske komplett falsch angezogen durch den Laden laufen, dass der Mund noch halb rausschaut oder die Nase rausschaut oder es lief sogar einer rum, der hatte die Maske ganz am Kinn. Das hat also auch keiner kontrolliert beim Reingehen. Ja, keine Ahnung. Das ist, ja, mich wundert es nicht, dass jetzt an diesem Wochenende wieder berichtet wurde, dass diese ominöse R0-Zahl, also die Replikationsrate, wieder über den Wert von 1 gestiegen ist. Sprich, jeder Infizierte steckt jetzt mehr als eine Person an und somit haben wir eine Steigerung in den neuen Infektionszahlen und keine gleichbleibende Zahlen mehr oder auch keine verschwindende, keine Verringerung, so rum. Und ja, das wundert mich irgendwie gar nicht, wenn ich so das Verhalten von den Leuten draußen sehe. Ja, ich will nicht sagen, das macht mir Angst, aber es lässt mich weniger positiv in die nahe Zukunft schauen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Folgen demnächst davon spüren werden. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich muss mich natürlich darauf verlassen, dass die Zahlen, die vorher gemeldet wurden oder das, was ich eben aus den Corona-Podcasts diverser Virologen einfach so mit rausgenommen habe, was ich da verstanden habe, dass das natürlich auch stimmt, klar, davon muss ich jetzt einfach mal ausgehen. Aber wenn das so ist und wir wieder weiter das Virus draußen verbreiten beim Einkaufen, Spielplätze sind jetzt auch auf, klar, das ist wieder frische Luft, das ist wohl wieder anders zu bewerten. Aber wenn jetzt die Gastronomie soweit aufmachen soll, dann keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird uns ganz, ganz böse um die Ohren fliegen. Die ersten Schulen sind ja auch schon wieder geschlossen worden in NRW. Und naja, wir werden sehen. Und ich hatte in der letzten Ausgabe des fast täglichen Talks, der Nummer 8, wieder um Audio-Feedback gebeten und mal gefragt, wie ihr das draußen handhabt mit dem Tuch und dieser Alltagsmaske. Und es kam Feedback. Das ist schön. Es gibt einen Audiokommentar von Hörer Christian und ja, im Prinzip Kollege Christian, denn auch Christian macht einen Podcast und ich spiele den Kommentar einfach mal ein. Den hören wir uns mal zusammen an und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, hallo Sascha. Hier ist Christian vom Lebenslauf-Podcast. Du hast in deinem letzten fast täglichen Talk um Audiokommentare gebeten, wie wir, deine Hörer, mit Corona beziehungsweise Mund-Nasen-Schutz umgehen. Und ich dachte mir, da ich mich jetzt seit kurzem auch hier in der Podcaster-Blase bewege, antworte ich dir da auch mal mit einem Audiokommentar. Bei mir ist es so, wenn ich mich hier in Erlangen beziehungsweise rund um Erlangen irgendwie auf den Trails bewege, dann geht es mir ähnlich wie dir. Ich habe so das Gefühl, dass es ganz viel wieder zurück zu normal, also zu Vor-Corona-Zeiten gewechselt, während irgendwie beim Höhepunkt der Aufmerksamkeit die Leute wirklich alleine waren und ich das Gefühl habe, da wurde auch wirklich irgendwie aufgepasst, dass man Abstand hält, hat sich das irgendwie in den letzten zwei Wochen, habe ich das Gefühl, sehr verändert. Da sind wieder größere Gruppen unterwegs, Mountainbike-Verbände fast schon, also auf jeden Fall Gruppen, wo man merkt, das sind keine Familien. Auf den größeren Wegen sind auch, also eben, ja, da schieben sich die Familien aneinander vorbei. Und ich habe auch das Gefühl, das wird wenig drauf geachtet. Also das wird teilweise nicht mal der gesamte Weg ausgenutzt, um sich irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und das war vor zwei Wochen noch anders, habe ich das Gefühl. Und ich finde das sehr schade, weil ich habe irgendwie das Gefühl, diese ganzen Lockerungen, die wir gerade gemacht haben oder also die gemacht wurden, ich glaube, die funktionieren nur, wenn wir uns da irgendwie auch als, ja, einigermaßen gute Schüler präsentieren. Also gerade so Sachen irgendwie Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstand halten, Hände waschen und, ja, vielleicht immer noch irgendwie versuchen, ja, sich aus dem Weg zu gehen. Das würde sicherlich irgendwie, wenn wir Geschäfte wieder aufmachen und solche Sachen dazu beitragen, dass wir halt nicht irgendwie eine zweite Welle erwischen. Und davon, also davor habe ich gerade wirklich ein bisschen Angst. Also wenn ich so sehe, wie die Leute sich verhalten, denke ich so, okay, also wenn das passieren sollte, müssten wir uns wirklich nicht wundern. Und ich persönlich, ich laufe, wenn ich draußen unterwegs bin, mit einem Buff, den ich mir um den Hals lege. Und wenn ich Leuten begegne, dann ziehe ich mir den über Mund und Nase. Ich bin da selber auch nicht ganz hundertprozentig konsequent. Also beim letzten Lauf habe ich den Buff vergessen und dann drehe ich auch nicht nochmal um und hole ihn mir. Aber ich glaube trotzdem so als Signal auch, ist das irgendwie vielleicht nicht ganz verkehrt, um irgendwie, ja, auch zu demonstrieren, dass man das noch im Kopf hat und dass man irgendwie sich noch drum kümmert und dass man, ja, auch Rücksicht nimmt. Also ich finde, ich habe da lang gebraucht, irgendwie den Mundschutz als ein Zeichen von Respekt für andere zu begreifen. Ich fand das am Anfang, fand ich das nur komisch. Und das ist es aber immer mehr geworden für mich. Und ja, ich hoffe, ich täusche mich und wir kriegen keine zweite Welle. Und ja, und ich hoffe sozusagen, dass diese ganze Situation tatsächlich, so wie es jetzt ja gerade und so ein bisschen den Anschein macht, dann auch bald vorbeigeht. Okay, ich bedanke mich sehr für deinen fast täglichen Talk. Das macht Spaß dazu zu hören und gibt einem auch, ja, immer mal wieder Denkanstöße, wie man selber mit solchen Situationen umgeht. Ich danke dir da vielmals. Okay, tschüss. Ja, danke Christian für den Audiokommentar. Und ja, da decken sich ja unsere Einschätzungen ziemlich genau. Leider irgendwie bei dir scheint es nicht anders auszusehen wie hier in der Gegend. Einfach die Menschen werden einfach unvorsichtiger. Ich kann es im gewissen Sinne natürlich auch verstehen. Wir haben jetzt lange Zeit, ja, doch für den einen oder anderen doch recht große Einschränkungen hinnehmen müssen mit möglichst wenig Sozialkontakten. Und auch wenn die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind, ist das am Anfang vielleicht noch schön. Irgendwann wird es aber anstrengend und irgendwann wird es natürlich dann auch lästig. sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wir Erwachsenen haben es dann doch noch deutlich einfacher, Sozialkontakte aufrechtzuerhalten, auch in dem Lockdown als Kinder. Ja, wir können hier Podcasts machen. Wir können anderen Leuten antworten. Wir können ständig mit anderen telefonieren oder chatten oder was auch immer. Das fällt natürlich unseren Kindern nicht so einfach. Und ja, also ich kann auch ein bisschen die Leute verstehen, denen der Himmel auf den Kopf fällt, die Decke so rum. Der Himmel, das war nicht egal, ja. Ja, aber wie Christian schon sagte, gerade die Maske, ich glaube, da hat jetzt auch ein Umdenken stattgefunden, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass das alle so langsam kapiert haben, dass die Maske nicht dazu dient, den Träger zu schützen. Ähm, sondern tatsächlich alle anderen aus außenrum. Und, ähm, dass meine Maske mich nur schützt quasi, wenn alle anderen außenrum auch eine Maske tragen. Einfach, weil ich als, ja, das ein Signal gebe nach draußen. Ich kümmere mich um deine Gesundheit. Ähm, kümmere dich doch bitte auch um meine. Und das ist, ja, das ist die Sache mit dem Respekt, was der Christian, glaube ich, auch damit gemeint hat. Und das ist ganz wichtig, ähm, das sieht man immer mehr. Also, beziehungsweise man sieht es eben nicht, wenn die Leute die Maske falsch tragen. Ähm, naja. Die Sache mit dem Buff, ähm, mache ich im Grunde genauso. Beziehungsweise, ähm, wer, wer mir schon eine Weile, ähm, auf Facebook und sonst wo folgt, wird sehen, ich habe eigentlich immer einen Buff um den Hals oder zumindest um, 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 um die Hand. Ähm, also ich gehe, keine Ahnung, so 99 Prozent immer mit Buff vor die Tür beim Sport, sowohl auf dem Fahrrad als auch beim Laufen. Ähm, einfach, weil ich nicht gerne Kleintiere esse, die draußen rumfliegen und ich immer irgendwas, äh, vor dem Mund habe. Ich habe da auch so ein Spleen, dass ich, ähm, den Buff quasi immer im Mund habe. Also ich kaue immer drauf rum. Äh, ja, komische Angewohnheit, aber das ist nun mal so. Dementsprechend musste ich mich beim Laufen da auch gar nicht wirklich um, um, umgewöhnen. Und, ähm, habe das Ding eh mal dabei. Das ist eine gute Sache, glaube ich. Ähm, auch wenn es vielleicht, keine Ahnung, nicht so wirklich viel hilft, weil es ja ein recht dünnes Tuch ist. Ähm, aber es zeigt einfach wieder dem Gegenüber, ich kümmere mich um dich oder ich kümmere mich um uns alle, so ein bisschen. Ähm, äh, ja. Vielleicht, keine Ahnung. Ich will hoffen, dass wir keine zweite Welle bekommen, so wie der Christian. Ähm, ja. Und drücke uns da so ein bisschen die Daumen. Und, ähm, möchte mich noch mal bei den, bei den Menschen bedanken, die jetzt wahrscheinlich so ein bisschen schmunzeln, ähm, wenn ich die letzten Wochen über Homeoffice gesprochen habe und, äh, dass ich zwischendurch mal wieder in die Firma muss und wie auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Menschen draußen, die können sich das einfach gar nicht aussuchen, ob sie ins Homeoffice gehen. Ähm, weil sie einfach vielleicht in der Produktion arbeiten, ähm, und, ja, Lebensmittel für uns herstellen oder Fahrradschläuche oder whatever. Ähm, oder eben auch in der Pflege arbeiten, ne? Das ist so der Klassiker. Die ganzen Tag mit Kranken umgeben, mit kranken Alten, Risikopatienten, mit Leuten, die vielleicht auch schon an der Krankheit erkrankt sind. Ähm, oder eben auch der Einzelhandel, der sich mit uns Idioten rumschlagen muss, die die Masken falsch tragen, die genervt sind, dass sie eine Maske tragen müssen. Ähm, am Wochenende hatte ich einen, der hat geschimpft vor dem Einkaufsladen, weil er selber einen Wagen nehmen musste, obwohl er mit seiner Freundin unterwegs war. Also es musste jeder einen eigenen Wagen haben. Äh, da kam dann so ein Kommentar, die sind doch total behindert mit dieser Scheißregelung. Ähm, weil er wahrscheinlich einfach nicht kapiert hat, dass es darum geht, dass man mit dem Wagen einfach einfacher Abstand halten kann, wenn man den vor sich her schiebt. Und, ähm, ja, es ist natürlich affig, wenn jeder einen Wagen haben muss. Aber aktuell ist einfach ganz viele Sachen, ganz anders und da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Und, ähm, ja, naja. Die Folge ist schon wieder relativ lang für einen täglichen Talk. Wir sind jetzt bei, ja, knapp 20 Minuten gleich vielleicht, wenn das Outro noch rankommt. Ähm, am 13.05. Das sollte noch sein, nachdem diese Folge rausgekommen ist, ähm, gibt es wieder einen Live-Talk, einen Live-Call-In von Trailer an den Podcast. 20 Uhr auf, ähm, ich sag mal, den bekannten Kanälen. Schaut mal bei Facebook nach, ähm, da gibt es eine Veranstaltung für. Schaut mal, ähm, am 13.05. im Blog, da gibt es dann rechts in der Seitenleiste definitiv, ähm, ja, so einen aufpoppenden Termin, ähm, dass der Trailing-Podcast live ist. Da gibt es wieder auf Studio-Link und, und, und. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr, ah, live damit zuhören würdet und, äh, euch auch im Chat beteiligen würdet. Ähm, ist wieder mit dem Laufwaschel, ähm, wie sich das gehört für die Live-Folge. Und, äh, die Telefonleitung wird auch wieder offen sein, also jeder kann anrufen und, äh, ja, so ein bisschen erzählen von, von seinen letzten zwei Wochen, ähm, wie das Training lief, äh, was er sonst noch für Sorgen hat und einfach ein bisschen quatschen oder, ja, sich einfach in unser, äh, in unser Gespräch mit reinhängen, dass, äh, der Laufwaschel und ich da führen werden. Und, ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr da teilnehmen würdet. und, ähm, ja, dann macht's mal gut, bleibt gesund und, äh, bis die Tage. Tschöööö. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.